Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Zeit 2 Dass du nicht aufnehmen wolltest Ey, ich hatte keine Zeit Als wenn, du hast die ganze Zeit oben umgesessen Du hast keine Vereine Ich habe Vereine und Freunde, mit denen ich mich treffen muss Ich habe auch Freunde, aber ich muss mich nicht mit denen treffen Weil du schlecht bist Und hier sieht man mal wieder, wie der fliegen kann Ich bin hier nur so ein kleines Geschütz, während der da rumfliegt Und der fliegt falsch Mit dem Liberator klappt das nicht Das ist der Ziel unter mir Wer ist der Flieger? Der Ziel ist unter mir Gar nicht Doch, wenn ich nach unten gucke Voll der Bug Also ich sehe dort unten nichts Ey Yeah Ciao Meme Meme Na wieso, ich hätte es überlebt, wenn du jetzt gestorben wärst Ich fliege jetzt weiter Nein, geh zum nächsten Depot und heil mich dann Ich soll dich heilen Ja, du verwandelst dich Ach, die 2000 Meter kann ich nur laufen Wir kriegen XP Bonus plus 10 Wo bist du jetzt? Ich bin gelandet Soll ich mir jetzt ein Fahrzeug holen oder? Nein, ich will den reparieren Wie man gut erkennen kann, sind wir hier auf Amerisch, weil er nicht auf Inder spielen wollte Halt die Klappe Halt die Klappe Der hat was gegen, ähm Wie heißt das? Handywerbungen Der Inder Verstehst du? Oh, lustig Ja, können nur die Leute verstehen, die auch die, äh Wie heißt das? Österreichische Fernsehen gucken, oder? Und wir sind deutsch Wir haben österreichisches, äh Pro 7 Reparierst du den? Oder schießt du den gerade ab? Jetzt reparierst du den, aber warum bewegt der sich? Und warum sind wir jetzt unter der Erde? Ich kann unter die Erde gucken Aber fallen kann ich nicht Wie reparierst du das? Ja, wie unter die Erde? Wie reparier ich das wohl? Ja, das sieht aus, als wenn du drin sitzen würdest Ich bin endlich aus der Erde raus Ich bin endlich aus der Erde raus Hier kann man auch mal von hinten gucken Sturzflug Nein, lass es sein Das überleben wir meistens nicht, wenn du so einen Sturzflug machst Hör mal, das ist unser Gebiet Jetzt sind wir bei dem anderen Kannst du genau da drauf landen, oder? Nein Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du es schaffen würdest Ich hab mir nur zwei Sachen abgezogen Drei So, jetzt nimmst du die Munition und schießt mit der Pistole und lädst die ganze Zeit nach Ich will nämlich punkten Dafür musst du halt da nicht weggehen Du machst Wie viel kriegst denn du dafür? 15 Wie viel kriegst denn du dafür? Wie viel kriegst denn du dafür? Sitzt du schon wieder in deinem Flugzeug, oder wie? Nö Warum ist das dann gewinnt? Warum explodiert da grad was? Wie viel Sicher, dass das nicht kaputt geht? Das sieht ziemlich so aus Wie viel kriegst denn du jetzt? So, wir fahren am besten gleich mit dem ähm Panzer weiter Nein Der Panzer ist scheiße Wir sind ihnen überlegen Löscht sie auf! Echt, mit dem Panzer kann man nix ausschalten Warum habe ich dafür nix bekommen? Da stand nur Einrichtung erobert und mehr nicht Dafür habe ich nix bekommen Nicht mal zerrt punkte Voll unfair Nein Compile Erstmal auf die Map gucken, was wir alle schon eingenommen haben Jetzt haben wir hier noch die Sunray Amp Station Die ist schon eingenommen Nein, die wird grad eingenommen Und wir fliegen Äh, da steht nix Und du fliegst falsch Weil das Ziel rechts von uns ist Jetzt ist es hinter uns Und jetzt, wir sind noch weiter weg Jetzt ist es ja wieder Sunray Amp Station Wir werden verfolgt, wir werden verfolgt Runter, runter, runter Nicht so schnell Jetzt, runter mit dir, runter mit dir Hast du ja super hingeschickt Pfff Ja, das sieht auch schön aus Wie du mich da gekillt hast So ein brennendes Frack Okay, ich geh an den, äh, nächstgelegenen Punkt Und versuch dann Nach dem Lift Corp Secure Dingens da hinzukommen Ich hasse die Musik, die dir eingefügt haben Ich hasse die Musik, die dir eingefügt haben Also ich geh zur Sunray Amp Station Geh doch Ich nehm jetzt, äh Ich nehm jetzt den, äh Den Biolab ein, hier Oh, er ist das schon eingenommen Das wird grad von anderen Leuten eingenommen Ich kann am Biolab. So, ich muss mich jetzt verabschieden. Ich sag ciao und er sagt Ciao.